Mit der hochmodernen Seniorenwohnanlage an der Seltenrhein punktet seit geraumer Zeit das Deutsche Rote Kreuz in Löbau. Drei historische Objekte wurden saniert und umgebaut. So unter anderem das 1608 erstmals erwähnte historische Gemäuer, der alten Heißmangel an der äußeren Zittauer Straße. Hier wurden die Fassaden denkmaßgerecht gestaltet und auch im Inneren wurde mit viel Liebe in das Gebäude investiert. In Zahlen ausgedrückt gut 4,5 Millionen Euro flossen in die Sanierung des historischen Anxamtes. Schon vor ein paar Monaten waren wir mit der Kamera vor Ort. Damals sagte uns die Geschäftsführerin des DRK Kreisverbandes. Hier in den Gebäudekomplexen sind insgesamt 28 Wohnungen entstanden. Wir hatten so fast drei Jahre Bauzeit. Es sind vier Wohnungen davon reinweg nach den Behindertengerecht. Die anderen sind seniorengerecht und natürlich kann jeder Bewohner jeden einzelnen Raum mit dem Fahrstuhl erreichen. Überall in den Wohnungen ist Platz genug, um auch eventuell dann doch später mal mit einem Rollator zu fahren oder im Rollstuhl. Die Wohnungen sind so geschnitten, dass Duschtassen geschaffen wurden. Es ist keine Duschwanne mehr so zum Einsteigen, sondern man fährt nach unten. Es ist alles ebenerdig, es ist schwellenlos und man kann sich wieder frei bewegen. In diesen Tagen haben wir uns noch einmal selbst ein Bild machen dürfen vom täglichen Leben an der Selten Rhein. Seit einigen Monaten hat hier auch der Löbauer Seniorenclub sein Domizil gefunden und erstrahlt den frischen Glanz. So konnten dank der Unterstützung der Glücksspirale neue Tische und Stühle für zahlreiche Aktivitäten angeschafft werden. Das Mittagessen kommt aus den DRK-Küchen und bietet von Montag bis Freitag zwei Wahlgerichte oder Salate. Neben den gemeinsamen Wahlzeiten sind es die Spielenachmittage oder die Ausflugsfahrten, die für das Gemeinschaftsgefühl und die Abwechslung sorgen. Bis zu fünf Mitarbeiter kümmern sich um das Wohlergeben jedes Einzelnen. Übrigens, die Angebote hier richten sich an alle Senioren des Stadt- und des Umlandes. Vor dem Eingang des neuen Clubs finden wir eine Rarität. Ein 1818 erbautes Räderwerk lässt erahnen, dass dem alten Haus unmittelbar am größten Handelsweg nach Böhmen gelegen seinen Namen gab. Alter Speicher. Ein Professor der Hochschule Zittau hatte mit seinen Studenten die vorhandenen Überreste des Räderwerkes aufgemessen und seine volle Funktionalität nachgewiesen. Ein Tischler aus Oderwitz wurde mit der liebevollen Restauration beauftragt. Es sind immer wieder neue Details, die die Wohnanlage so anziehend machen. Und wenn dann noch, wie fest eingeplant, das romantische Treppengästchen fertig saniert ist, dürfen sich die Löbauer über ein weiteres Jubel freuen. Wir sind unheimlich glücklich, dass die Anlage jetzt fertig ist in diesem Zustand. Wir finden es alle sehr, sehr schön, was hier raus geworden ist. Und wenn man die Ruinen vom Anfang gesehen hat, ich denke, da werden uns alle Löbauer recht geben. Es ist ein Gewinn für die Gegend hier. Und unsere Bewohner, die wir jetzt schon drin haben, fühlen sich auch richtig wohl. Und davon können wir uns ganz zum Schluss unseres Besuches noch selbst überzeugen. Ganz oben, quasi unterm Dach, wohnt die 75-jährige Dorothea Seifert. In einer urgemütlichen Zwei-Zimmer-Wohnung lebt die ehemalige HO-Fachverkäuferin gemeinsam mit ihren beiden Ziervögeln. Diese neuen vier Wände seien lieber auf den ersten Blick gewesen, sagt sie. Und von ihrem großen Balkon hat die gebürtliche Löbauerin einen fantastischen Blick auf das pulsierende Leben ihrer Heimatstadt.